Winterthur Endbahnhof Turbo bittet alle Reisenden auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Wir begrüßen Sie in der S41 nach Tös, Wülflingen, Pfungen, Bülach. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Tös, Wülflingen, Pfungen, Embrach-Rurbas. Bülach Endbahnhof Turbo bittet alle Reisenden auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Wir begrüßen Sie in der S41 nach Embrach-Rurbas, Pfungen, Wülflingen, Winterthur. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020